Die nächste Übung ist mehr für Einsteiger, speziell auch für Martin. Das ist ein Single Leg Takedown und danach der Armbar. Wir fangen an. Martin steht in der Kampffosition. Bleib ganz locker, easy. Du machst gar nichts. Ich mach das, ja? Ich geh rein von dem Single Leg, zieh ihn hier runter, geh vorbei, geh hier drauf, ja? Side Control. Hier, zieh hier mit meinem Arm in hoch, switchen und geh zum Armbar. Hier. Bleib drücken und hier ist der Armbar.